Gucken. Das ist milde ausdrücken, sehr erschöpft. Zugang. Christobal, Hauptstation. 2, 5, 0, 5. Okay, 2, 5. Ich war auch noch nicht fertig. 2, 5, 0, 5. Oh, man hört jetzt auf, wie ich. Verriegelung. Verriegelt, Sabastopol, Pflegeteam, Station verteilt, Feldazerrette aufgebaut. Kann nicht gelesen werden. Oh! Nicht so viel wie Ihr alter Freund hier. Und ich könnte wetten, dass er eher weniger Verständnis für Schwarzmarktsanitätsartikel hat. Bis bald dann, Doc. Okay, also der Ransom von Seaxen, jetzt haben wir schon zwei Firmen, ja, einmal Valentutani und Seaxen, scheint ja auch nicht ohne zu sein, hat Dr. Lingard erpresst und es geht um diesen infizierten Patienten. Oh Gott. Es ist hier. Machen wir uns nichts vor. Also das ist echt... Das wollte ich gar nicht. Kann ich schon mal speichern? Oh! Zugangscode. Oh. 2, 5, 0, 5. Richtig, 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 richtig. Okay, was ist da drin? Geh auf. Schlüsselkarte. Schön. Speichern. Oh. Das heißt, wir müssen da jetzt rüber. Speichern. Kannst du bitte wieder runtergehen? Okay, es ist momentan nicht da. Das heißt, wir müssen jetzt nebenan wieder gucken. Richtig. Ja, da müssen wir hin. Scheiße, 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 Scheiße. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte, Schlüsselkarte. Oh. Scheiße. Hier ist alles okay, was er mir ist. Müssen wir jetzt mal orientieren. Wir müssen da hin. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal wirklich da hin, wo wir hin sollen. Weil ich habe sonst nicht die Nerven dafür im Moment. Kann ich hier reinkriechen? Ja, wir gehen jetzt mal dahin, wo wir hin sollen. Ich habe das Gefühl, das ist besser. Ich ignoriere die Tür, die aufgegangen ist. Es ist nämlich hier. Wo bist du? Oh, es ist da. Genau hinter uns. Momentan voll. Ja, richtig. Oh, nein, komm aus diesem Scheiß. Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße. Bleib einfach weg, du Scheißvieh. Okay. Wieso habe ich jetzt zwei, drei, zwei? Ein, zwei, drei? Was ist denn hier los? Ich meine... Scheiße. Geh weg. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Verschwinde. Geh weg. Geh weg. Bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Da ist ein Link. Da will ich eigentlich hin. Okay, wer bist du? Hast du irgendwas für mich? Das ist so ein Röntgenapparat hier, ne? Ist da irgendwas? Geh weg. Du warst jetzt hier schon dreimal drin. Alter, was ist das? Wieso habe ich hier drei Anzeigen? Ich meine, ich habe schon meine Theorie, was hier passiert ist und was hier noch kommen wird, ne? Weil machen wir uns nichts vor. Die scheinen sich ja hier arg zu vermehren, die Viecher. Ich würde das gerne in die Tonbandaufnahme abspielen, aber ich traue mich nicht. Und was sind das für Anzeigen hier? Das sind zwei, drei. Ey, hör auf jetzt. Ich werde irre. Scheiße. Wieso ist das eben aufgegangen, die Tür? Hör auf jetzt. Ich will nicht rauchen. Also, es ist noch hier. Aber wieso habe ich noch mehr Anzeigen? Menschen? Ich weiß es nicht, dass du mich da alleingelassen hast. Scheiße. Okay, das ist auch nicht viel besser, ne? Aber es nützlich, ich muss jetzt hier weiterkommen. Natürlich schön, wenn die Tür aufgeht, ne? Ach komm, wir blässern das eben ganz schnell. Um Foster Catherine. Geschlecht weiblich, Besatzung, Ernesidora. Ah, alles... Alles klar. Externe Untersuchung. Wieso kann ich nicht blättern? Ich kann nicht blättern. Scheiße. Fehler, Audio, Tatort absperren. Ich, äh, befürchte, wir können es nicht hören. Doch, ich spiele es jetzt ab. Komm, es ist dafür vorgesehen. Wir wollen ja auch hören, was hier passiert ist. So, raus hier. Bevor jetzt jemand kommt. Niemand den Tatort stört, bis Gassia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was. Wenn ich rausfände, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine scheiß Dienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von zigsten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das letzte, was ich brauche, ist, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits, Ende. Natürlich bist du jetzt jeder hier, ne? Weil ich noch hier geblieben bin, ne? Wird die mich jetzt fressen? Mich bestrafen dafür, dass ich hier geblieben bin, richtig? Komm, jetzt eben noch die Aufnahme hier. Oh! Ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Aha. Scheiße. Oh, ich dachte, das wäre noch ein Band, ein Tonband. Okay, wir müssen zurück. Wir müssen... Wohin zurück? Da, in die Richtung. Das heißt, ich muss hier raus, wo die anderen Menschen sind? Ist das richtig? Karte. Oh, ich bin durch. Ich bin sowas von durch. Okay, hier ist irgendwas. Wieso ist da irgendwas? Was ist das? Das ist das private Terminal. Wo muss ich denn jetzt hin? Zugang zum... Ach nee, wir müssen hier nur wieder raus und dann hier... Müssen wir hier wieder zurück? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wieso zeigt der mir an in die Richtung? Okay, da sind Menschen, ne? Dann würde ich da eigentlich gar nicht jetzt hin. Es sei denn, mein Freund ist hier draußen irgendwo. Bist du hier irgendwo draußen? Du bist eher hinter mir, ne? Oh Gott, was sind das alles für... Okay, dann sind das hier noch mehr Menschen, richtig? Mit denen kann ich das doch jetzt nicht aufnehmen, verdammt nochmal. Scheiße. Oh. Wo bist du? Wenn ich jetzt erkennen könnte, wer was ist. Ich kann's nicht. Scheiße. Geh doch einfach weg. Okay. Es ist weg. Oh, der Typ im Rollstuhl. Macht der mich fertig? Und die Karte möchte ich mitnehmen. Kann ich die so seitlich mitnehmen? Oh, geh weg da. Ich muss da lang, oder? Nee, muss ich gar nicht. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Doch, ich muss hier hin. Ich muss hier rüber. Boah, ich muss in die... ...andere Richtung. Ist ich das richtig? Oh, komm. Komm, du kleiner Scheißer. Lass mich mal eben einen Augenblick in Ruhe. Alles voll. Nein, ich will raus. Raus. Nicht jetzt hinter mir, bitte. Natürlich bist du jetzt genau hinter mir. Oh, das war schlau. Oh, das war schlau. Schau. Schau. Scheiße. Geh weg. Geh weg. Scheiße. Hier, Säure. Habt ihr das eben gesehen? Also verletzt hat er ihn, aber man kann ihn nicht damit töten. Geh weg. Scheiße. Ich höre dich doch. Geh weg. Der ist doch genau hier. Ja, geh in deinen Luftschacht. Gute Idee. Hey, geh in deinen Luftschacht. Ich möchte eine Speicherstation. Oh, genau über uns. Genau über uns. Ich geh hier nicht raus. Geh weg. Okay. Nützt nichts. Ich muss hier raus. Scheiße. 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 Hast du irgendwas für mich? Oh, ich gehe jedes Mal in die Karte. Oh, da liegt noch einer, aber ich muss erstmal hier ein bisschen weg. In Sicherheit. Das waren die Menschen, die sich hier bewegt haben. Okay. Gibt es denn noch irgendwas für mich? Nein. Gibt ja sein können. Okay. Ich muss da nach rechts. Sollte ich die nochmal looten? Oh, nee. Komm, so gierig möchte ich nicht sein. Okay, wir müssen irgendwie hierher hin. Was heißt das? Schlüsselkarte oder was? Ich kann nicht näher herangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Scht. 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 Backe. Scheiße. Was heißt das? Wo muss ich denn jetzt hin? Och, nö. Och, mach mich nicht fertig. Ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal wieder zurück. Oder was? Verdammt, ey. Scheiße. Ich würde ja gerne mal wieder was... Oh, der hat die alle kaputt gehauen. Oh, jetzt kommt er von rechts. Natürlich kommst du jetzt von rechts. Ich habe keine Zeit für dich. Geh weg. Ich würde gerne mal wieder was bauen. Okay, wir müssen hier hin. Wow. Only Link. Ich würde aber gerne mal wieder was... ...was bauen. Scheiße. Warum kommt er mir jetzt nach? Besetzt. Ich würde gerne echt mal wieder was bauen. Was haben wir denn? Elektroschocker. Rohrbombe. Wollen wir mal eine Rohrbombe bauen? Können wir? Können wir. Weil ich muss so viele Sachen zurücklassen. Oh komm, wir machen jetzt eine Rohrbombe. Okay. Ich nehme aber jetzt, glaube ich, mal... Was ist das? Aufprallfolgende magnetische Ampuls setzt. Nicht industrielle Syntheten vorübergehend außer Gefäß... Uh. Oh. Warte mal. Wir deponieren hier mal was drin. Scheiße. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ach so, da können wir nichts machen. Besuchern ist das Rauchen untersagt. Können wir den bauen? Nee. Ethanol. Ähm. Komponente B können wir schon mal reinstecken. Sensor lieber nicht. Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Blendgranate. Ist schon drin. Nee, das habe ich alles nicht so im Überfluss. Okay. Gut, das fehlt mir auch noch. Was nehme ich denn jetzt mal eben in der Hand? Ich glaube, ich nehme mal hier den hier in der Hand wieder. Den können wir vielleicht mal ausprobieren. Wo bist du denn jetzt? Du kleines Mist hier. Oh, jetzt haben wir so viel guten Stuff zurückgelassen. Ja, das möchte ich gerne ran an das Terminal. Einfach um reinzugucken. Da ist gar nichts drin. Danke auch. Du bist da. Geh einfach weg. Verpiesel dich. Oh, da ist auch was drin. Okay. Ich hocke da jetzt unter den Schrank. Da ist ein Terminal. Können wir da durch? Was ist das? Der andere da? Das ist eine Karte. Ja, gute Karten. Das ist nicht so schlimm. Oder? Ist das schlimm? Ich weiß es nicht. Wir werden Speicherstationen. Geh weg. So, okay. Wir müssen ja hier raus, ne? Alles, was negativ ist, ist... ...ist sich hier zu lange aufzuhalten. Sich lange aufzuhalten hier ist immer schlecht. Okay.